Na gut, das ist die 28, aus der warte ich. Puh. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, bis ich hier durch bin. Boah. Und dazu muss ich dann auch noch den passenden Punkt finden, wann ich durch den nächsten Schritt durch kann. Und dann das unten dann noch einmal. Ach, und dann muss ich noch nach oben. Haha. Ey, das ist einfach zu cool für mich, glaube ich. Was muss ich machen, wenn ich da durch bin? Muss ich oben bleiben? Ich könnte echt versuchen, oben zu bleiben. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Oh, man ist nirgendwo sicher. Man ist nirgendwo sicher. Wann kann ich da denn durch? Wann? Wenn der nach hinten geht, dann müsste ich da theoretisch durch. Ach, das ist... Das ist echt lustig. Das ist lustig. Boah. So ein Spiel kann man hier mit jemandem zum Geburtstag schenken, wenn man sich Feinde machen will. Wie komme ich da durch? Der geht runter, wenn der nach... Wann kann ich da durch? Wenn er in dem weißen Kästchen ist, dann kann ich da durch. Gott. Und der untere? Soll ich mir am besten jetzt schon angucken. Wann kann ich durch den unteren durch? Der untere, wenn er... ...in dem dunklen Kästchen ist, dann kann ich da durch. Boah. Kotz, 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 kotz. Kotz, kotz. Wie soll ich auf Kästchen achten, wenn ich hier die ganze Zeit... Wenn er in dem... Ja, wenn er... Ja, wenn er in dem weißen Kästchen ist. Ich weiß nicht, dass ich... Dass ich überhaupt gar nicht die Schnelligkeit mit diesem komischen Horst-Uwe-Quadrati besitze, um da rechtzeitig hinzukommen. Hm. Oh. Wenn er in dem weißen ist. Wenn er in dem weißen ist. Wenn er in dem... In dem weißen ist. Ja, wenn er in dem weißen ist. Wenn er in dem weißen ist, dann kann er mich am Arsch lecken. Und zwar dreimal nacheinander. Hier. Weiter. Ja, genau. Da wollte die Pfeiltaste wieder nicht. Tante. Weiter. 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 Oh, ich kriege nicht mal den Start hin. Was ist das? Oh, leck mich. Genau. Kann ich ihm hinterher, wenn der abhaut? Kann ich ihm hinterher, wenn der abhaut? Und man muss auch noch aufpassen, wann man da hingeht. Das ist echt... Das ist so eine Grütze. Boah. Boah. Nein. Alter. Okay. Boah. Ey. Das ist... Ich hab doch sehr viel lang gespielt. Den Dreck jetzt schon wieder. 25 Minuten. Ja. Ich hab schon wieder komplett... Komplett die Schnauze voll. Ich hab schon wieder komplett die Schnauze voll. Fick dich. Oh, das ist das Letzte. Kann da noch was kommen, was behindert ist als das hier? Entweder, entweder ist es der da oben, oder ist es der, der in dem Moment nach oben geht. Da. Ich seh schon, das wird wieder unglaublich lang und unglaublich spannend für alle Beteiligten. Ach, dann... Aber dann kommt der wieder. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das denn... Weißt du, was hatte ich jetzt vor? Wie soll ich das denn machen? Ey. Ich bin echt kurz davor, das Spiel an die Wand zu... An die Wand zu klatschen, mitsamt der Tastatur. Dem Monitor, meinen Boxen, dem Stressschwein, meiner Webcam und allem, allem, was hier rumliegt. Inklusive einer Tasse halbvollen Tee, den ich gestern nicht mehr ausgetrunken hab. Alter, nee, jetzt geht das wieder los. Ich, ich glaub... Nein, ich glaub, ich mach gleich wieder... Ich mach gleich nochmal wieder einen Schnitt, damit ihr euch diesen unglaublichen Dreck nicht angucken müsst. Ich übe diesen Scheiß-Level. Und dann sehen wir uns danach halt wieder. Ich glaub, eine andere Möglichkeit gibt es da einfach nicht. So, wenn er, wenn er wiederkommt, muss ich da durch. Oder wie seh ich das? Ja, wenn er wiederkommt, dann muss ich da durch. Wenn er wiederkommt. Genau, dann muss ich... Das ist, das ist, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das kann man Menschen nicht zumuten. So ein Scheiß... So ein Scheiß vor dem Herren. An den ich gar nicht glaube, weil ich ein gottverfickter Atheist bin. Aber... Das kann nicht sein. Boah. Ich mach das echt gleich aus und ich mach das offscreen weiter. Weil das kann man niemandem mehr zumuten, sich diese Scheiß hier anzusehen. Das... Das kann man niemandem mehr zumuten, sich diesen Wichs hier anzusehen. Ehrlich, ist wieder ein ganzer Part bei draufgegangen. Nur für dieses eine untere Stück jetzt. Und hier oben sieht es ganz genau so aus. Oh, boah. Buh. Das Level kotzt mich so an, Alter. Wann? Aber ernsthaft. Verpiss dich, Tastatur. Und du auch. Dose, Alter. Wann kann man da durch, da oben? Wann kann man da durch? Könntest du dich vielleicht zur Abwechslung mal ein bisschen langsamer bewegen, damit ich es zumindest sehen kann, Spiel? Das wäre sehr freundlich. Ich werde zutiefst verbunden und leck mich am Arsch. Wann kann ich da durch? Wann? Moment mal. Ich nehme den Weg nicht mehr gerade. Man muss da ja auch schräg durch. Ich mache das hier schon. Ich gehe hier schon schräg durch. Oder geht das nicht? Alter, das ist... Ey, diese Spiele... Das ist Bürgerkrieg. Gibt es da nicht irgendeinen verdammten Trick bei? Da muss es doch ein Trick bei... Fick dich einfach. Da muss es auch ein Trick bei geben, Alter. Kann man da schräg... Oh. Kann man da nicht irgendwie schräg durch? Einfach... Nee, man kann überhaupt gar nichts machen. Man kann nichts machen. Was verlangt ihr von heim, ihr Bastarde? Das ist nicht... Das geht doch nicht, oder? Geht das überhaupt? Ich weiß nicht. Geht das überhaupt? Wann soll ich da durch? Ich weiß es nicht. Leute, das ist mir jetzt egal. Das ist... Ich... Ich... Ich mache den Scheiß jetzt offscreen weiter, weil ich da einfach keinen Bock mehr zu habe. Das war der falsche Knopf. So, also... Bis gleich. Und wenn's... Ja... Einfach bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt zumindest so ungefähr herausgefunden, wie man da durchkommt. Und ich war sogar schon im dritten... Drittel. Einmal kurz. Aber ich weiß zumindest, was ich jetzt genau machen muss. Und zwar, ich muss da nicht schräg durch, sondern... Los. Es ist zwar auch nicht allzu einfach, aber ich muss hier... Gerade, gerade, gerade... Ja, das ist super. Ich muss hier gerade durch und dann schräg hoch und dann hier... Genau. Und dann dort bleiben und dann nochmal gerade durch. Ich glaube, das ist einfacher, als da schräg durchzukommen. Denn ich glaube, schräg kommt man da gar nicht durch. Hopp. 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 Aber das sieht schon mal fast nach Fortschritt aus. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger sein, aber das liegt dann daran, dass ich hier absolut kein... Oh... Dass ich hier absolut keine Zeit habe, zu sprechen. Dass ich meine ganze Konzentration dafür brauche. Aber es sieht sogar fast so aus, als ob dieser Level irgendwie schaffbar wäre. Und wer auf meinen Deathcounter achtet, der wird ja sehen, wie viel ich gerade geübt habe. Ach Gott. Boah. Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel immer noch riesengroße Grütze und sollte von niemandem gespielt werden. Ne, echt. Echt nicht. Och, echt. Echt. Überhaupt nicht. Ich denke echt schon mit Grausen daran, was in Level 29 auf mich zukommt. Ey, ich denke echt schon mit Grausen daran. Das ist so übel. Naja, und dann hat immer nur eine Millisekunde dafür Zeit. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, aber ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Das geht ja toll los. Oh, ja, genau. Boah. Och, ich war so nah. Ich war so nah. Aber hey, das war schon mal, das war schon mal ein riesiger Fortschritt eigentlich. Ich muss das als Fortschritt sehen und nicht als, ach, hat er wieder verloren. Ich sehe es als Fortschritt, ansonsten beiße ich ja noch mein Stressschwein rein oder ich habe keine Ahnung. Boah. 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 Ich will echt nicht wissen, was in 29 kommt. Und das Lustige ist hier, es sind jetzt noch zwei Level abgesehen von dem hier. Es sind noch zwei. Die 29 ganz und die 30 ganz. Och, fick dich. 30 ist bestimmt das größte Fiel. Ach, alter, warum jedes Mal bei dem? 30 ist bestimmt das große Finale. Aber sogar das ganz große Finale, wo eigentlich nochmal alles auf einmal kommt und... Oh, immer der unter der andere da. Jetzt hoch. Boah. Jetzt war es wieder der. Nicht, dass das auf Dauer so ein bisschen frustrierend ist. Nein. Och, und ich war schon wieder der. Das ist doch doof. Ja, Rage-Mode activated. Och. Och, wie... Ich will ehrlich... Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele Menschen bei diesem Spiel schon zum Hulk mutiert sind und irgendwie den Garten des Nachbarn verwüstet haben oder... Keine Ahnung. Was auch. Wie weit darf ich mich denn bewegen? Ich bewege mich hier immer drei und dann gehe ich... Also eins, zwei, drei. Da gehe ich schräg... Da gehe ich überhaupt gar nicht. Da gehe ich schräg hoch. Eins, zwei, drei. Boah. Ich hasse dieses Spiel. Ernsthaft. Über alles, ey. Über alles. Das ist das Hinterletzte. Das ist das Aller, Allerletzte. Da kommt nichts, kommt da ran. Da kommt gar nichts ran. An dieses Spiel kommt nichts ran. Nichts Menschenmögliches kommt da ran. Das ist... Und hoch. Oh, Borka. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe absolut keine Lust mehr auf diesen... Und ich sehe schon wieder alles doppelt und dreifach. Und es fliegt hier gerade die Hälfte von meinem Tisch runter. Weiter. Mein Gott, ist das eine Scheiße. Himmel, ist das ein Dreck. Ich glaube, ich werde das... Wenn das so weiter geht, gleich anders machen. Dann werde ich einfach so lange spielen, wie es halt dauert. Und ich werde dann nur den Mitschnitt zeigen, indem ich es geschafft habe. Plus ein bisschen sinnlose Kommentierung, die... Das gibt es nicht. Wieso ging das denn eben besser? Weil ich da nicht gelabert habe, oder was? Ich höre gleich echt auf zu... Ich höre gleich echt auf zu labern und schneide nur noch das mit, wo ich es geschafft habe. Weil das kein Mensch mehr sehen will. Kein Mensch... Boah, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Alles gut. Alles gut. Das ist unmenschlich. Eins, zwei, drei... Boah, ich komme nicht mal mehr hoch, du. Eins, zwei, drei... Hoch... Oh! Ne. Das Spiel ist ja genau an dieser Stelle zu Ende. Es ist hier gleich zu Ende. Es ist hier gleich so übel zu Ende. Ich mache das Spiel gleich zu Ende. Und zwar auf meine Art und Weise. Na, das ist so unmenschlich. Unmenschlich. Tja, das war aber schon... Das war aber schon neuer Rekord. Das war schon neuer Rekord. Ich muss nur noch sehen, wie komme ich dort hinten hoch am Ende. Okay, ich habe es gesehen, wie ich da hochkomme. Okay, ich muss ganz bis in die Ecke rein. Ich bin jetzt einfach mal etwas stiller. Schaltet meine Wege weg, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, aber ich bin jetzt einfach mal etwas stiller. Alter! Alter! Das Alter kommt trotzdem noch aus meinem Mund raus. Boah! Das ist so... Alter, manchmal geht es wunderbar und dann kommt da wieder so eine Kacke bei raus. Eins, zwei, drei, schräg hoch. Eins, zwei, drei, schräg... Eins, zwei, drei, schräg hoch. Eins, zwei, drei, schräg runter. Eins, nein! Oh, aber so geht das, man. Genauso geht das. Eins, zwei, drei, schräg... Eins, zwei, drei und schräg hoch. Eins, eins und zwei und drei und schräg hoch. Eins und zwei und drei und fick dich. Eins und zwei und drei und schräg hoch. Fick dich. Eins. Eins und zwei und drei und schräg... Oh, ich kriege das nicht mal mehr da hin. Eins und zwei und drei und schräg hoch. Eins und zwei und drei und schräg runter. Und fick dich und eins und... Eins und zwei und drei und schräg hoch. Heller von Sinn war da wieder. Eins und zwei und drei und schräg hoch. Eins und zwei und drei und schräg runter. Eins und fick dich und fick dich und fick dich noch mal und fick dich und fick dich und fick dich und fick dich noch mal. Eins und zwei und drei und schräg hoch. Eins und zwei und drei und fick dich. Eins und zwei und drei und schräg hoch. 1, 2, 3, schräg hoch, 1, nein, ich geh zu schnell, ich geh zu langsam, ich, ich, ich brauch einen Kaffee oder, oder, am besten gleich eine Pulle Wodka, das ist doch das letzte, 1 und 2 und 3 und schräg, ich krieg nicht mal mehr Ditten, 1, 2, 3, schräg hoch, 1, 2, 3, schräg, Er bat einfach die Fall, das du wieder am Arsch!